In diesem Video zeige ich dir die neue Crawler-Funktion von Contao 4.9. Der neue Crawler steht dir ab sofort im Backend und zusätzlich als Kommandozeilen-Version zur Verfügung. In diesem Video werde ich dir beide Varianten einmal kurz vorstellen. Die Backend-Version erreichst du wie bisher auch unter dem Bereich Systemwartung. Hier hast du ein paar Optionen, die du auswählen kannst. Und zwar einmal können wir ganz klassisch einfach den Suchindex aufbauen und zum zweiten können wir gleichzeitig aber auch nach defekten Links suchen, so dass eben hier auf meiner Webseite, wenn hier irgendwo Sachen verlinkt sind, die nicht mehr passen, ebenfalls als Fehler ausgegeben werden. Wenn ich das Ganze dann ausgewählt habe, dann kann ich den Crawler starten. Je nachdem, wie umfangreich deine Webseite ist und wie leistungsfähig dein Webserver, ist dieser Crawling-Vorgang relativ schnell abgeschlossen. Wenn du zusätzlich die Option nach defekten Links zu suchen aktivierst, dauert das Ganze natürlich etwas länger. Der Crawling-Vorgang ist jetzt erfolgreich abgeschlossen und du bekommst hier jetzt eine Ausgabe. Zum einen nach kaputten Links suchen. Es wurden 133 erfolgreich geprüft und ein Link ist defekt. Außerdem wurde mein Suchindex aktualisiert und auch hier haben wir 57 URLs erfolgreich indexiert und 61 URLs wurden übersprungen und deswegen können wir auch hier das Log-File ansehen, falls wir irgendwo Probleme feststellen. Ich möchte allerdings diese Log-File jetzt nicht ansehen. Ich gehe jetzt nochmal zurück und wie du siehst, gibt es hier jetzt noch die Option Frontend-Mitglied. Diese Option steht dir nur zur Verfügung, wenn du dieses auch aktiviert hast. Das heißt, damit geschützte Seiten durchsucht werden können, musst du das in Zukunft über die config.yaml aktivieren und das ist jetzt auch schon neu in der Contao 4.9, denn früher konntest du das einfach per Klick noch im Backend aktivieren. Ab sofort musst du das über die config.yaml machen. Über die config.yaml und über die Kommandozeile hast du noch weitaus mehr Funktionen und deswegen zeige ich dir jetzt einfach mal kurz die Kommandozeilen-Version. Wenn wir jetzt im Terminal auf der Kommandozeile sind, dann kannst du den Befehl Contao Console und hier dann Contao Doppelpunkt Crawl eingeben. Mit minus h bekommst du die Hilfe und du siehst, hier hast du wesentlich mehr Optionen wie jetzt im Backend. Im Backend kennen wir eigentlich nur Broken Link Checker und Search Index. Das heißt, wir haben diese Option minus s. Allerdings haben wir jetzt hier auf der Kommandozeile noch diverse weitere Optionen, um eben unseren Crawl-Vorgang an unsere Bedürfnisse und an die unserer Servers anzupassen. Und so lässt sich das Ganze natürlich auch wieder automatisieren und so könntest du zum Beispiel jede Nacht einen Cron-Job einrichten, der ganz automatisch diesen Crawl-Job anstartet und so hast du jederzeit einen aktuellen Index auf deiner Webseite. Ich möchte jetzt einfach mal den Crawl-Durchgang ganz normal zeigen, ohne bestimmte Optionen. Das heißt, ich starte auch hier ganz normal Contao Doppelpunkt Crawl und der Crawl-Vorgang wird mit den Standardoptionen ausgeführt. Wie du siehst, hier wurden hier schon mal Fehler gefunden und zwar habe ich hier eben einen defekten Link, Broken Link, und dieser wäre hier jetzt auf https-contao-academy-fehler.de. Also ich habe diesen jetzt absichtlich eingebaut, um dir einfach mal zu zeigen, wie dieses ausgegeben wird, dieser Fehler. Anschließend ist dieser Crawl-Vorgang jetzt abgeschlossen. Wir bekommen auch hier wieder eine Zusammenfassung. 57 URIs wurden Successful und 0 failed und ansonsten haben wir noch diese 63 URIs skipped. Auch da können wir uns das Log-File genau ansehen, aber das überspringen wir einfach mal da, dass jetzt hier für die Funktionalität nicht wichtig ist. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss, damit der Crawler auf der Kommandozeile fehlerfrei arbeitet, musst du unbedingt auf dem Root einen Domain-Namen hinterlegen. Ansonsten findet der Crawler eben deine Domain nicht und es werden 0 URLs indexiert. Falls du also bei deinen Installation noch keinen Domain-Namen hinterlegt hast, dann solltest du das nachholen, wenn du eben diesen Crawler über die Kommandozeile nutzen möchtest. Der neue Crawler steht dir dann mit Contao 4.9 zur Verfügung und die neue Version wird aller Voraussicht nach mit Defibra in der KW8 veröffentlicht. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst und wenn du kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke auch auf Abonnieren und am besten aktivierst du auch noch gleich die Glocke, so dass du kein Video mehr von uns verpasst.